Hallo. Lass an! Oh. Ich habe das jetzt gekauft. Nichts. Ich habe erst ein bisschen auseinandergeleppert. Ich muss jetzt oben reinschmeißen, Helm. Deckelkürze Stücke hochhalten und rein. Brauchst du Hilfe? Geh weg. Ich geh doch mal weg, Janik! Ja, scheiße ist, ich sehe hier nichts mehr. Guck mal, Janik Herke. Ähm... Du weißt man, hier geht beschissen zu. Na, ist egal. Ist das ja hier nicht schon an, ja? Sie setzt sich schon an, ja, das läuft schon. Hm. Wow. Wow. Ja nicht. Was war's? Die Türe ist ganz gebraten worden. Ja, lass was an! Oh. So. Das ist ein bisschen nach außen gewählt. Was machst du denn jetzt? Das ist doch gar nicht. Das hat doch gar nichts. Was hat das jetzt gebracht? Nichts. Mach ich erst ein bisschen auseinandergelettet. Du musst jetzt oben reinschmeißen, Helm. Muss noch von Land sein. Deckelkürze Stücke hochhalten und rein. Brauchst du Hilfe? Geh weg. Ja, sowas nennt man eine Waschmaschine entkalken. Ne, hat's alles rausgedrückt. Und da seid ihr. Ich durb nicht, dass hier jetzt noch Kalk drin ist. Die ist... Die ist schon gereinigt. Echt jetzt richtig Beulen gekriegt, oder? Hinten. Oh, ich glaube, das war bisschen zu viel entkalkt. Naja. Ob die noch die Frau nimmt zum Waschen, keine Ahnung. Schrauben rausgefädelt. Oh ja, jetzt alles rausgefädelt. Lass die runterfallen. Hä? Lass die runterfallen dann. Mach an. Schmeiß'n da rein, ja. Hier liegt ja nicht. Lass die runterfallen. Lass die runterfallen. Lass die runterfallen. In der ersten... In der ersten... Vielen Dank.